Sie sehen hier das Video Door Entry System von Infinite Play, vertrieben von Balter Security in Deutschland. Das ist eine IP-Videotür-Sprechanlage für Errichter, Installateure und die Industrie. Das Besondere ist, erstens Plug & Play, das heißt die Lösung ist einfach zu installieren und zu bedienen. Zweitens, keine Teilnehmerbegrenzung, das heißt die Anlage ist unbegrenzt skalierbar. Sogar nach der Installation können Teilnehmer jederzeit einfach hinzugefügt werden. Und drittens, weitere Applikationen wie TeamViewer oder eine externe Kamera können integriert werden. Mit Infinite Play kann ortsunabhängig jede Person an der Tür identifiziert und ein Zutritt per Fernzugang gewährt werden.